Ein Tag, ein Tag, ein Tag, ein Tag, ein Tag. Es ist grün, 140 Meter aus der Strecke von Wilhelm. Und dann kommt es. Und dann sind wir natürlich gespannt, was das Endergebnis sagt. Er ist deutlich mit der grüne Linie gesprungen. Das haben wir alle gesehen. Er hatte eine großartige Weide, fünf Meter mehr als Daniel Landreit Hande. Gesprungen der aktuelle Diktion, noch in der Hand, bis der das offizielle GF-Sein. Und dann wahrscheinlich den 7. Tagessieg. Den 7. Tagessieg. Ja, das war zwei gute Jams. Das war nicht perfekt, aber sie waren wirklich nahe. Und natürlich bin ich wirklich glücklich mit der Begründung. Und dann ist es auch mit Daniel an der GF-Sein. Das ist wirklich toll. Jetzt haben wir den 285,5 Punkten. HALA ENDER GERÜSSS!